Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Minecraft mit dem coolen Minecraft-Fan Ich bin Und Fabio Ich bin Fabio Hallo Ja er Hallo Und ähm wir wollten dann noch mal ein... So geht er mal Also wir können das jetzt mal Jo Jo und wer macht was? Also Holz Baut... Warum war jeder von sich alleine? Du? Nimm das Und äh ja Also... Also wir... Ja Werden verlinkt und so ein... Haupt-YouTube-Channel machen Also wie es sich wird Äh ja Also hat äh Fabio... Für dich ganz gut Verdammt Alter glaubt das schon... Jeder nimmt eigentlich auf Also ihr könnt mich von dir das nicht sehen Von nun ja auch Auch Und warum Alter Und vom Pap Und vom Pap Gut Ey was läuft aber Und dann wir das machen Denn den Holz Ich hab... Mit dem Holz sollten wir als erstes eine Spitzart machen was man immer macht Ja ich hab ne... Also... Gut Ich mach mal äh... 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 Ich glaub ich sie auch... Ja bei mir kann mit abendern dass wir alle frets aufgenommen und mit wird das mal aufnehmen halt und da hat er auch das Leben auch mit mir ich habe mich an aber noch wie hoch ich kann ich war aber nicht ich hätte nur mit dem Plan ich habe ich die Füße die Kälte die Kälte ich mich nicht mehr Leuchttler entgegelt und erlaubt man noch ab und ab und geht nicht wie sie sind ich hätte gesagt ja ob er ein und so er kann ich glaube man will ich glaube ich habe gemacht in einem Mann okay Deutschland die Stadt ab 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 ja es sind genügend steil für uns alle mit mir ich habe ein steil super er war mir kündigen okay okay abhängen auch noch ein muss so und das ist ja auch und ich habe ein ja aber nach mir an jetzt und das heißt dass auf jeden Fall bin ich jetzt habe ich ein paar Steine geholt und jetzt soll habe ich genügt Steine dass wir alle ein was von allen machen können außer von einer Hacke ich habe tatsächlich ein Kieber ab Spannend er war auch mal Prozent deswegen hat deswegen arbeitet ihr eigentlich an so einer kleinen Höhle hier die Witzsteiner auch aus eigener Steine ich bin auch immer Steinwerkzeug ich nicht noch nicht will und kein Steinwerkzeug holt mit dem Punkt er ja wie im Kartei drei Minuten und Neupten Prozent das fällt mir gerade ein dass ich immer vergessen wir ein Schwert zu machen der Fall ist gerade ist das connect hat sich genuted und wie das ist sagt immer noch nicht tschüss Alter Alter was mal bei Skype, erst wieder online ähm fügst du den an oder was solltest du machen äh das machst du weil ich keine Ahnung hab wie das funktioniert weil ich es gar nicht mehr zu lang hab warte mal ich mach dich und ein Schwert und schmeiß es dir nun doch grad ich hab nämlich noch einen Stock Junge der sich in der Ecke schämt Keksenschwert so also ich gehe mal hier Tiere suche tja und damit ist glaube ich auch der Fabi weg und scheint und also ich habe ich keine Ahnung was ist aber wir sind allein mit rüst atti der etti der lette der letztetel TTT 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 er hätte er hätte er hätte er hätte m röhrer wird der anderen der anderen gut also eigentlich wird jetzt nach tieren suchen aber es wird nacht eigentlich ist schlecht ein dem machen aber ich bin kein tater aus dem sich aufsuchen diesen lauter war überhaupt kein einziges scharf haben alles gefressen wartet so da seid ihr wieder was soll los was ist da kann doch also soll sich mal entscheiden das hat ja ich kann jetzt hier bis 12 so zocken aber auch nur lassen wir es lieber ja ich habe schafe gesucht aber sobald ich mich nach dem markort ist da drüben deswegen bin warte mal wahrscheinlich wahrscheinlich hat was wiederum gespackt dass ich wieder noch ein stand in berg verlieren alle anruf gekommen ist ja was angekommen hin und slenderman ganz weg hey wollen wir zusammen endermann verprügeln gehen sorry bin wieder da ich lock den endermann und die in die mani mani glaube ich habe schafe gefunden oder rote blumen wir brauchen ja nur drei wolle nämlich ist nämlich auf dem server hier klappt auch wenn nur einer schläft das praktisch gut wir sehen uns in der höhlich die spring zurück so da drüben haben muss ja dies wenigstens ein bisschen hell die höhle er macht die lava mal nett zu die kann man noch gebraucher ach ich dachte ihr meint die höhle beim zombies borne also so richtig scheiße kommen die nacht über abwarten hey wir sind im alten minecraft jetzt kommen die nacht über abwarten das ist halt wird sag mal ich verstehe ich voll schlecht sachen mal los hey martin schalte ich mal ein bisschen lauter ich kann man sonst was blitzkrieg einbauen von der nach der meine optik heraus holzkohle ein sehr außergewöhnliches ja 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 sag mal fabi du hast auch noch nix gesagt sag mal was rede mal rede ich hab mich ansprach ich bin draußen hier ist langweilig brauchst du holz alter schlag mir nett ich hab ich meine essenzale hier kriegst holz so hier wollen wir noch ein pflanzen gehen ich hab mich mir so kohle 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 ja vorsicht skelett ja wieder rein das sollte jetzt auch ein bisschen ich habe nicht kein Essen umfungere klein ich werde sterben eines Hungertodes ich habe ich habe zwei und ein halbes und kein Essen mehr war es mich zu schlagen dann habe ich nicht ich habe keinen hey Martin komm Fight mehr Fight warte mal erst mal Kisten bauen haha hey Fabi mach mich mal tot Fabi muss mich nur einmal schlagen schlag mich gibts mir los danke brauchte nur meine Items alter musstest du meine Items auch klauen Alter du bist voll der Dieb Alter 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 ich sagst du warte mal ich er hat mal er schmeißt er schmeißt man mir alle Items zu und ich gebe dir dann das was dir gehört erwarte mal hier das ich habe nichts mehr musstest du weswegen musstest du eigentlich unser das war es äh na ganz soll aber ich sehe euch alle wieder wer soll dein Holz ich sehe nur dass es bei uns ist bei dir hast du noch irgendetwas von mir hatte eigentlich noch so ein Holzschwert ein Steinschwert aber ich bin dass sie für uns was benutzt du Fabi Texturmpark hey Martin dein Schwert ne ich hab das ist klar ja hab ich auch gerade findet ich treffe gerade auf gut ich baum wie eine Treppe nach unten von hier ab ok und da wir zu dritt sind kann da wir zu dritt sind kann auch jeder in einer Bahn graben ich baum ich grabe in der äußeren komm ich einen Stein für eine Spinnkacke ja also soll ich sie aufnehmen mach ich nicht ist dein Problem ob du aufnimmst oder nicht komm ich für einen Stein ja ganz so jemand hat mir meine Schaufel geklaut ja ja schon also gib mir den Koppel äh ich will einen Stein bitte ok ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja ja einer muss die mich auch äh Alter hast gebe gib mal einen Stock gibt mal hier zwei Stöcke rüber Martin das kreben der da jetzt wird ein Eingang machen können so zu sein eigentlich hat es Martin ja Martin ja ich hab hier rein der Kuh Koppel aber ich hab zu schütteln ich hab noch ein Punkt gut ist klar ist klar nicht quer nach unten es sei die beste Minecraft Technik nein nein warte wenn ihr jetzt denkt oh der macht Zumbien ich hab hier den Text schlecht also entweder ist bei mir die Verbindung schlecht oder bei euch nämlich dem Martin hört man schlecht irgendwie leiser könnte vielleicht am Schnee liegen ja ja ich rede mal ein bisschen lauter so besser yo man versteht sowieso im LP die anderen immer besser als mich hab ich schon in anderen Aufnahmen gemerkt gut und hier gab ich mich steil runter ich hab mich mal hier ich hab mich mal hier ich hab dich gebeten ich hab dich gebeten Alter ziehleine ich grabe hier ich hab noch nicht ob dies gefunden im kraft steil nach unten ich bin so dass ich die amunden finde die fliege da mit einstieg ja wenn ich ganz unten bin finde ich kohle und so ne da kann ich mir eisen draus machen und gibt dann voll an ach die wissen wir noch alle schon ich weiß mir mal einen stock runter ich könnte eine facke gebrauche da musst du nur einen stock runter schmeißen kohle habe ich so ja einer reicht ich habe nicht nur ein kohle los wirf was in den wunschbrunnen ganz unten muss nur runterschmeißen ins loch er kam ich ihm so weiter hat die Panschung wichtig aber auch wichtig also wenn jemand so nett wäre sollte mir mal jemanden stock runter schweißen fachkrieg und das muss ich nicht ich bin dem Loch in dem wunschbrunnen machen die machen schau ich habe ich bin ich bin ja ich auch immer ich bin hier in diesem loch hier so sollst du ein stopp und tut aber es soll Bist du runtergefallen? Klang aber nach einem langen Fall. Autsch! Asozialer. Frag mich nicht, ich habe vergessen, weil ich das Video gestartet habe. Ich werde es dann eben schneiden. Ah, deine Items! Verdammt, sorry. Ich habe aber nicht alles... Ah, hat es ja gar nicht viel dabei. Ja, ich hatte wirklich ein Holz, hatte viel. Ich weiß nicht, ich kann nicht bauen, um den Stein zu tun. Ich bin auch fast, ich glaube nicht. So, wenn du jetzt runterspringst, kriegst du alles, was du brauchst. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es ist hart. Jo. Aber jetzt solltest du deine Items holen. Ja, nimm die da mit. Ja, ich gehe nicht nach oben, ich grabe noch weiter nach unten. Ich glaube... Okay, ich heb sie auf. Selbst schuld, ich gebe sie dir dann später. Hopp. Ich muss ja... Ich kann ja nicht mehr hoch. Ich bin fast beim Bad Rock. Alter, nein, ich habe es schon wieder. Alter, lass das mit dem Kies. Warte mal, jetzt kann ich dir wenigstens sein Items geben. Bleib da unten. Ja. Geh in die andere Ecke. Hier, 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 hier. Okay, ich gehe wieder nach oben. Kannst du ja eine Treppe hochbauen. Was machst du noch? Jetzt haben wir jetzt solche Assis, ne? Hey, Leute, bei mir... Hey, ich habe Eisen gefunden. Und das erst in tiefe 11. Da kannst du gleich mir gehen. Hallo. Ich denke nicht mal, das ist mein Eisen. Hallo. Hallo. Ja. Hier, fang. Fang Kies und Feuerstein. Der Gribble, der bocht bei mir rum. Das ist doch nicht schlimm. Ich sehe euch. Ich kann euch helfen. Bad Rock. Echt? Yo. Ich habe keine Fageln. Du willst wackeln, dann komm zu mir. Ich habe keine Fageln. Gut, also ich habe es ganz allein bis zum Bad Rock geschafft, während die anderen nach oben rumlungern. Und hier so ein Todesloch ist. Ich bin in der Mitte. Jemand ist vorne witzig. Ich habe Kone zu... Yo. Ich habe wieder Bad Rock gefunden. Ich bin so cool, ne? Ich finde Bad Rock. Grüße, ich bin nach dir. Shadow, ich sehe dich. Ich kann dich hören. Schön, ich kann dich auch hören. Hi, Redstone. Bringt mir nichts. Ich hätte TNT mitnehmen sollen. Hast du... Hast du... Ah, ach ja. Ich bin dann... Ich habe... Spreisen. Ich lege ein paar Erze frei. Sondern könnt ihr da oben rumtrollen. Ich habe hier... Ich hätte vielleicht deine Kohle behalten sollen, was du hattest. Ich kann dir auch was runter. Ich gebe dir auch 5 Holz. Eigentlich brauche ich Kohle, aber ich suche mal hier ein bisschen. Ne, man muss mir nichts runter schmeißen. Ich hoffe nur, dass es mir Spitzacken hat in den Arsch geht. Mich wundert, dass ich noch keine Höhle gefunden habe. Also das ist das Einzige, was ich beserke, von ob es Eisen und Redstone. Mehr nicht. Ich habe zwei Eis. Oh Quatsch, nein. Nein, ich fass gleich runter. Habt ihr schon mal ein Pilzbiom gefunden? Nein, nicht. Da musste eben Seed eingeben, 4. Mehr nicht. Und dann musst du in eine Richtung fliegen, da kommt ein Pilzbiom. Gleich oben. So, jetzt muss ich mir das Material erlegen. Sag mal, könnt ihr mir einer von euch Holz runterschmeißen? Ja, ich bin ja gleich hier oben. Ich mache das Wasser. Na super, endlich. Ich glaube, das ist gleich. Ich habe dich gesehen, bleib stehen. Bleib stehen. Wie geht ihr mit mir? Redstone. Ich habe verspätet. Na Redstone. Lohnt sich ja abzubauen. Naja, eigentlich schon. Wenn du, äh, fechst. Ja, nicht mehr wirklich. Ich meine, dass ich den Redstone-Stein machen könne. Ne? Das wäre interessant gewesen. So ein Redstone-Block. Wollen wir jetzt endlich mal ein Holz, ein Haus bauen? Ein Holz da. Ein Holz da. Ein Holz da. Wollt doch. Kannst du eh nicht aber halten, oder? Der hat doch nicht. Ich baue auch einen Baum drauf. Ich baue eigentlich, dass ich einen Baum habe. Kann gut sein. Okay. Dann bau eins. Scheiße, ich sehe dich nicht mehr. Ich bin immer noch da, wo ich vor uns gerade war. So ist Craft-Dich in der Augen. Ähm, ja, ich sehe dich wieder. Ich sehe dich wieder. Mal gucken, wie viel Gigabyte ich noch habe. Oh Mensch, äh. Wie viel Gigabyte hast du allgemein auf deinem Rechner? Oder fast 200. 200, also 200, 24, 24. Ich hab... Aber ich hab nur noch 16. Na gut, wenn du 16, 60 hast, kannst du, ähm, dass ich überlegen, noch gut 10 Parts aufnehmen. Und da kriegt sich immer noch den Kabel. Ach, völlig die alten Videos löchelt. Ja, macht fast jeder. Die Videos, die fertig gerendert sind, löcht man. Die ja schon mal hochgeladen sind. Es nimmt ja nur Platz weg. Was? Hi. Was geht hier, oder warum hab ich dich gefunden? Ja, ich hab kein Essen. Geht. Was geht, was geht, das geht. So, mein Eisen ist fertig, geschmolzen. Ah, da, wo... Äh, hab ich voller Scheiß. Ah, da hat ne Eisenspitze. Wer? Na, ich. Ich auch. Ich mach das alles. Ihr ohne Eisen. Ich nicht. Ich hab mal jemanden, den, 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 den. Ja, aber nicht auf dem Server. Ja, es ist gleich ein... Ich hab grad mal ein bisschen rum, vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Ja, das ist nur, Alter. Ähm, wohin kam ich. Also, ich bin da so... Von nem Greville hier. Hier, hier, hier. Alter, unsere Höhle soll... Red... Hey, du hast Redstone übersehen. Tja, so tief warst du auch nicht das Red... Oh, du hast auch Kohle übersehen. Du hast Kohle übersehen. Man sei richtig viel Kohle. Oh, guck mal, ich... Ich muss nicht gleich... Ich kann gleich sterben. Ich muss nicht. Du musst jetzt sterben. Was, das Essen lohnt sich. Doch, ich hab alle... Ich sehe, okay. Ich... Kannst... Kannst du Äpfel essen? Ich hab... Ich hab keine Äpfel, das ist knackig. Ich hab die items in der Kuh, ey. In meinen. Und aus dem Ofen. Dann habt ihr schon mal einen Wolf geschlagen. Ja. Das dümmste, was du machen kannst. Besonders in so einem Biom, wie wir haben jetzt, ne? Hast du gesehen, wie viele Wölfe das sind? Schlag mal ein, du bist tot. Ich bin... Ich bin... ... aber nicht... ... sondern... Hey, Fabi, bist du schon hochgegangen? Ja, kann ich jagen so. Ah, weswegen bist du da mir vorbeigelaufen, Asi. Also, wie hast denn du hier querfältig eingegraben? Fabi, wie hast du es nach oben geschafft? Hast du dich wieder nach oben gebaut? Hast du dich wieder nach oben gebaut? Hier ist kein Weg nach oben. Ich hab... Ich hab mir den Weg... ... also schnapp... ... zugebaut. Und... Ich hab dich mal leid. Sorry. So, dann grabe ich mich mal irgendwo hoch, und zwar hier. Und zwar eine Treppe diesmal. Warte, ich kann die Leitern geben. Ach, nö, eine Treppe ist schöner. Die Leitern sieht schnell ab. Ich weiß aber, Treppe ist schöner. Also, dann werde ich höchstwahrscheinlich bei diesem Treppenbau irgendwo unter dem See rauskommen. So am besten. Alter, jung. Jo. Der, ich hab' nicht mal gekocht. Was? Ich hab' nicht gut. Ja, ich hab' nicht mal. Hatt' ich gut. Anscheinend. Ich sehe euch. Scheiße. Komm' jetzt mal an einem rechten Parcours oder an der nächsten Aufnahme? Äh, also ne... Dann hab' ich 30... Alter. Was? Was, noch drei Minuten hast du 30 Gigabyte? Nö, dann hab' ich einen 30er-Part. So 30 Minuten. Das ist doch nicht schlimm, dauert halt länger zum Hochnehmen, oder du schneidest das halt. Gibt's ja auch ein Programm für. Ey, Alter. Was? Alter, mach' mein eigenes. Ja, ey, mach' ich nirg's ne... Äh, ich nehm' erst... Äh, das... ... das nächste paar Minuten auf den zweiten... Ja, also noch in zwei Minuten. Machen jetzt 2, oder? Nee, der Fabian nimmt dann... Ich glaub' ich mach' das... ... ich mach' so 15 Minuten. Schneide das mal. Jo. Dann nimm der Fabian nimmt den 3. Nr. 2, Nr. 3, Nr. 2, Nr. 3... ... da... ... in wievielen Minuten anfangen? Ich... Ich denke auch 15 Minuten immer noch eine Minute. Ja, dann... Okay, dann lassen wir, wenn's 9.20 Uhr stoppen wir die Aufnahmen und starten eine neue. Ich glaub' das ist am gescheitsten. 5 Minuten, Alter! Alter! Oh! 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 An lord... Zockt er eigentlich Minecraft in full-screen? Nein, nein... Ich hab's so eingestellt, mit Bandit R grateful... Ich scho... Ich scho... Ich scho... Ich scho... Ich scho... Ich mach' nicht... Aku' nicht... Ich schан' nicht sicher gehen, dass es aufnimmt. Ich... Ich scho... Nee, ich... Ich scho... Ich scho! Ich sche YouTube. Ich scho... Jo. Äh, wer braucht wohl noch die Kohle? Ich hab genug. Wie viel hast du genommen von mir? Ich hab zwei Fahrzeuge. Ich hab zwei und zwanzig. Ich hab zwei und zwanzig. Falls mir die Fackeln ausgehen, nämlich Redstone Fackeln. Naja, die müssen so. Aber trotzdem sehen gruseliger aus. Ja, hier. Warte mal. Ach du Idiot, du schlagst mich. Ich hab dich nicht geschlagen. Also. Nein, 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 ich behaupte nicht. Ich lüge dich ja nicht an. Können wir ja dann ein Video überprüfen. Hi, ich hab ne Höhle gefunden. Ich hab dich nur am Anfang aufgefunden. Ich hab dich nicht. Ey, cool. Wir haben nicht so ein Fenster, ey. Schau mal so eine kleine. Äh, Martin? Schau mal mich an. Ich hab mich flammt. Jo, ist ein Whirlpool. Ich hab' die Leute vorgetragen. Der hat mich mit der General. Hast du gesagt? Puck. Ey, der Feuer hat'n Dir schweren soll. Cheat. Komm' auf. Komm' auf. Komm' auf, Alter. Lass' es. Voll derasi, Alter. Hör auf. Bitte hör' auf. Sonst muss ich sterben. Alter, gar nicht. Warte mal, ich schau mal, ob er gecheatet hat. Der hat ge-cheatet. Wart mal, wir enden gleich den Park mit einem Grand-Finale. So, das war der Park. Hey, die Cheatonne gibt es ja nicht. Bin ich? Ich bin nicht hier. Also ein schönes Grand-Finale. Ich bin nicht hier.